Musik Hi, hier ist Querd von PocketPC.ch und heute möchte ich euch einmal das Review vom Samsung Galaxy Nexus zeigen das ist das Gerät, was wir hier vorne vor uns liegen haben zunächst einmal kurz was über die Nexus Reihe es gab vorher schon das Galaxy Nexus S und das Nexus One das waren die drei Nexus Geräte, die wir haben zusammen mit dem Samsung Galaxy Nexus das Besondere ist, die werden zwar von Herstellern gebaut, das Nexus One von HTC das Samsung Galaxy das Samsung Nexus S von Samsung und das Samsung Galaxy Nexus auch von Samsung aber die Software kommt direkt von Google das Support kommt auch von Google das heißt nur die Hardware ist von Google der Rest ist alles Open Source, äh nur die Hardware ist vom Hersteller der Rest ist alles Open Source von Google das heißt man kriegt am schnellsten Android Updates die neuen Updates sind immer am schnellsten da das ist halt der Vorteil von von der Nexus Serie, dafür hat man kein Interface von zum Beispiel Samsung oder HTC auch keine Bonus wie zum Beispiel bei einem Samsung Game Hub gibt es manchmal Gratisspiele, das hat man hier auch nicht sondern das pure Android von Google sozusagen und man kann natürlich auch sehr stark modifizieren wir fangen einfach einmal an das Gerät hier selber hat vorne an der Front ein 4,65 Zoll Super AMOLED HD Bildschirm das heißt es hat eine Auflösung von 1280 Pixel in der Länge mal 720 Pixel in der Breite und ist halt HD Ready sozusagen das ist die Auflösung die man auch vom Fernseher kennt vielleicht genau die Auflösung hat auch hier das Handy bei den 4,65 Zoll und der Auflösung hat es eine Dot per Inch Dichte von 315 das heißt wie viele Bilder, äh wie viele Pixel man auf einem Inch hat das iPhone 4 und 4S hat 326 DPI und da spricht Apple immer vom Retina Display dass man da nicht mehr erkennen kann dass es Pixel sind, also hier das Samsung Galaxy Nexus sehr dicht dran es hat 1 GB RAM also 1024 MB wiegt 135 Gramm ist 135 mm hoch 68 mm breit und 8,94 mm dick an der dünnten Stelle muss man natürlich sagen dass wir hier oben nach unten hin wird es ein wenig tropfenförmig und dicker liegt aber sehr gut in der Hand gerade durch die Größe fühlt es sich eigentlich dünner an als es wirklich ist aber es ist auch nicht wirklich dick hier vorne haben wir noch eine vorderseitige Kamera das ganze ist hier ein wenig zerkratzt weil ich eine Displayfolie drauf habe das heißt nicht das Display selber zerkratzt sondern die Folie da drauf wir haben keine Buttons mehr sondern wir haben im Interface selber hier unten die Home-Tasten die Knöpfe, das zeigen wir euch gleich noch einmal auf der rechten Seite haben wir den Power-Knopf und die Konnektoren für eine Dockingstation oben haben wir dieses Mal gar nichts auf der linken Seite haben wir die Laut- und Leise-Taste auf der Unterseite haben wir den Micro-USB-Port ein Mikrofon und den 3,5mm Klinkenstecker auf der Rückseite haben wir hier natürlich einmal den Akkufach die 5 Megapixel Kamera mit LED-Blitz hier unten den Lautsprecher und wir können das Ganze hier einmal aufmachen dann können wir hier noch einmal kurz reinschauen hier oben kommt die SIM-Karte rein es gibt keinen SD-Karten-Slot und der Akku selber hier hat 1750 mAh steht hier unten schauen wir mal ob die Kamera das scharf stellen kann ist aber locker für einen Tag ausreichend finde ich man kommt auch manchmal anderthalb Tage damit hin je nach Nutzung gibt es bei uns im Forum auch einiges an Diskussionen zu der Akkudeckel ist ein bisschen hakelig drauf zu machen aber wenn er einmal sitzt sitzt er gut und klappert nicht und wir machen das Gerät einfach einmal an dann können wir sehen wie lange das zum Buten braucht ihr seht hier unten der Schlüssel ist gelöst das heißt das Gerät ist gelootet ich habe also Hutrechte das kann man mit den Nexus Geräten immer sehr gut und einfach machen und wir schauen uns jetzt einfach mal das Ganze an wie schnell das bootet hier das neue Boot Logo und sobald das Gerät fertig ist können wir gleich ein wenig auf die Neuerung von Android 4.0 eingehen denn das ist hier auf dem Samsung Galaxy Nexus vorinstalliert Ice Cream Sandwich das ist das neueste Android System hat vieles verändert das Tablet Betriebssystem mit dem Smartphone Betriebssystem wurden vereint das heißt in Zukunft läuft Ice Cream Sandwich auf Tablets und auf Smartphones und wir haben jetzt hier hochgefahren ich gebe einmal kurz den Pin ein und hier legen wir das Gerät wieder hin wir können gleich versuchen die erste Neuerung auszuprobieren ich weiß nicht ob das funktioniert da ich hinter der Kamera stehe und zwar ist das der Face Unlock das heißt man kann mit seinem Gesicht das Handy entsperren ist zwar nicht ganz so sicher weil der Angreifer wenn jemand das ich sag jetzt einfach Angreifer oder der Dieb muss auch einfach nur ein Bild von dir davor halten und das Gerät erkennt das aber wie wahrscheinlich ist das wenn ich mein Handy in der U-Bahn verliere dass jemand ein Bild von mir dabei hat wir versuchen einfach mal das Ganze zu entsperren ich versuche hier mal über die Kamera zu gucken und ihr habt gesehen es hat geklappt ohne dass es angefasst hat hat er mein Gesicht erkannt und damit hat er das Handy entsperrt wenn ich jetzt hier irgendwas anderes vorhalten würde zum Beispiel diesen Weihnachtsmann dann wird er sagen ihr Gesicht wurde nicht erkannt weil mein Gesicht hat er halt nicht erkannt dann kann ich immer noch hier den alten PIN-Code eingeben so wie früher können wir euch gleich nochmal zeigen hier wird er mich nicht erkennen und hier kann ich den wie früher das PIN-Symbol einzeichnen wir können einfach einmal kurz anfangen mit ein paar Sachen die ich hier vorbereitet habe und zwar das Multi-Touch können wir testen wir haben hier ein Finger wird erkannt zwei Finger drei Finger vier Finger fünf Finger sechs Finger werden auch erkannt sieben Finger acht Finger neun kann ich leider nicht mehr sehen aber sieht so aus und die kann man auch alle noch hin und her bewegen das funktioniert sehr gut das Multi-Touch hier ohne Probleme ich habe gelesen dass bei dem CDMA also der amerikanischen Version für Verizon das zu Multi-Touch-Fehlern kommen kann aber ich habe hier noch keine gesehen bei der GSM-Version also der europäischen von daher nehme ich auch einfach mal an dass es gar keine gibt wir schauen uns einfach mal in Nenamark den Benchmark an das wir hier für Werte rauskriegen das ist immer ein Benchmark mit dem kann man ungefähr sehen wie schnell das Gerät ist man muss hier aber auch hin zu sagen das Gerät hat eine Auflösung von 1280x720 Pixeln das ist 2,4 mal mehr als normale Android-Geräte mit 800x480 Pixeln das heißt es muss auch einfach mehr Bildpunkte berechnen das muss man bei Grafik-Benchmark mit einfach mit einbeziehen wenn die Werte nicht phänomenal sind weil es einfach auch 2,4 mal mehr Bilder berechnen muss und wir schauen uns das Ergebnis gleich mal an was hier beim Nenamark 1 rauskommt es müssten so irgendwas bei 29 Bildern die Sekunde sein denke ich und wir schauen hier das Ergebnis kommt gleich genau 29,5 Bilder pro Sekunde ist also vollkommen in Ordnung machen wir das gleiche nochmal mit Quadrant das prüft ihr alles mögliche einmal die CPU den Speicher den Input und den Output die 2D und die 3D-Gafik das Problem bei Quadrant und bei anderen Benchmarks ist natürlich je öfter man das wiederholt je schneller werden die Ergebnisse weil das im Zwischenspeicher gecached ist das heißt ich habe hier das Gerät ja gerade neu gestartet das heißt die Werte sind ja wirklich nackt und ohne irgendwelche Applikationen am Laufen und das ist das was da als Wert rauskommt aber wie gesagt hier muss man auch gerade bei den Grafik-Benchmarks die hohe Auflösung mit einberechnen und das trägt natürlich auch einiges dazu bei wie nachher die Ergebnisse aussehen werden während der Benchmark läuft habe ich hier nochmal das iPhone 4s das können wir daneben legen da können wir in der Größe einmal sehen wie der Unterschied ist hier das ganze links 3,5 Zoll Display hier 4,65 Zoll Display man sieht schon einen klaren Unterschied können wir einmal kurz das Ergebnis anschauen und zwar haben wir hier einen Wert von 1648 Punkten wenn ich das Ganze jetzt nochmal machen würde ich könnte es euch einfach mal spaßenshalber zeigen während wir die Geräte vergleichen werdet ihr gleich sehen dass der Wert deutlich höher als 1648 sein sollte weil im Cache halt was zwischengespeichert ist hier in der Dicke kann man sehen dass oben das Samsung Galaxy Nexus deutlich dünner ist als das iPhone 4s und unten ist es einen Tick dicker von daher je nachdem wie man rechnet auf der Gesamtgröße gesehen sind die ungefähr gleich dick würde ich sagen das macht aber auch eigentlich kaum noch einen Unterschied die Handys liegen sehr gut in der Hand heutzutage ob die jetzt 9mm oder 8,5mm dick sind merkt man eigentlich auch fast gar nicht mehr das Schöne hier ist natürlich die Form dass sie hier ein wenig abgerundet ist das hat mich beim iPhone 4s immer gestört dass das hier wirklich eckig ist das liegt nicht so schön in der Hand wie hier das Samsung Galaxy Nexus mit der runden Form jetzt ist der Benchmark auch gleich fertig und wir sehen eben hatten wir 1648 Punkte wenn ich mich nicht irre jetzt beim zweiten Mal haben wir schon 1000 verdammt bevor die Kamera zu halten 1939 ist also ein klarer Unterschied im Vergleich zu eben obwohl der gleiche Benchmark ist nur wir haben ihn halt ein zweites Mal ausgeführt da sind einige Sachen im Cache drin jetzt machen wir das Ganze nochmal mit SmartBench das ist auch einfach ein Benchmark-Programm aber da könnt ihr selber mal vergleichen ist wie gesagt durch das Display hier nicht ganz so aussagekräftig aber es kommen in Zukunft halt auch neue Geräte mit 720p Display raus dann könnt ihr das auch vergleichen hier lebt er wie gesagt auch ein paar Grafik-Benchmarks wir kriegen hier bei dem SmartBench nachher auch einen Wert für Productivity und einen Wert für Gaming und da sehen wir nachher klare Unterschiede in dem Wert und jetzt hat er einen Fehler gehabt natürlich doof gelaufen aber ich kann euch einmal kurz die Werte vorlesen die ich beim letzten Mal gehabt habe das war bei Productivity ein Wert von 1631 und beim SmartBench Gaming ein Wert von 2657 ich habe auf dem Gerät auch einmal Browsermark ausgeführt das ist ein Benchmark vom Browser und da habe ich einen sehr guten Wert von 95.928 Punkten gehabt das möchte ich jetzt aber nicht zeigen weil das dauert einfach viel zu lang aber wenn ihr das mal vergleicht mit anderen Handys wie zum Beispiel den LG Optimus bietet das kriegt ungefähr 38.000 hin das heißt das ist auch hier obwohl das Display deutlich größer ist zwei bis zweieinhalb Mal schneller versuchen wir nochmal das Face-Onlock hat geklappt und wir schauen uns noch einmal kurz den Browser an ich habe hier leider eine leere Seite so nachdem jetzt mein Internet gerade abgestürzt ist jetzt kurz der zweite Teil von dem Mühllview vom Samsung Galaxy Nexus und zwar möchte ich euch jetzt einmal kurz den Browser zeigen dafür machen wir das Geld einfach wieder einmal an wir schauen nochmal ob das Face-Onlock jetzt funktioniert diesmal hat es nicht funktioniert natürlich hinter der Kamera immer ein bisschen kompliziert normalerweise funktioniert das relativ gut jetzt habe ich erstmal den Launcher hier abgestürzt so und zwar wenn wir den Browser öffnen das ist jetzt hier eine mobile Website wir können einfach mal direkt auf pocketpc.ch gehen pocketpc.ch und uns die Seite anschauen wie schnell das alles funktioniert wenn wir hier jetzt die Seite fertig geladen das ging schon schnell hin und her scrollen hin und her funktioniert alles sehr gut von der Geschwindigkeit her auch der Text sehr scharf und gut lesbar wir können das Ganze auch drehen dann haben wir es im Querformat klappt hier auch alles einwandfrei hier gibt es auch eine neue Funktion in dem Browser dass man das im Fullscreen hat habe ich hier aktiviert kann man auch deaktivieren wenn wir jetzt einmal noch die Forenliste aufmachen wie in jedem Video das war der falsche Knopf jetzt hier nochmal die Forenliste aufmachen wie in jedem Video können wir gleich mal sehen wie da die Geschwindigkeit ist er wird hier wahrscheinlich die mobile Website laden das kann man aber verhindern indem man einfach hier nachdem die Seite geladen ist auf die Punkte klickt und einfach auf die Desktop Version schaltet das ist auch neu aber wir warten jetzt einfach mal was er hier lädt das dauert immer ein bisschen ein bisschen zu lange wir können hier direkt schon mal auf Desktop Version klicken ob er dann was tut genau jetzt hat er hier erstmal die mobile Version geladen und jetzt lädt er gerade schon die Desktop Version von einem Forum und ihr seht das ging auch relativ schnell beziehungsweise er ist noch dabei aber wir können schon relativ viel sehen und jetzt ist das fertig geladen und ihr seht hier wenn ihr hier scrollt so eine Geschwindigkeit habe ich bei noch keinem Android-Fone beim Scrollen gesehen das liegt natürlich auch an der Hardware-Beschleunigung von dem Samsung Galaxy Nexus beziehungsweise von Android 4.0 oh hier gerade das Apple-Forum gescrollt ist vielleicht nicht so optimal für dieses Video hier unser Galaxy Nexus-Forum könnt ihr auch gerne besuchen wenn ihr Fragen habt Anregungen auch zum Thema Root können wir hier etwas gerne einmal vorbeischauen hier oben haben wir halt in dem Browser die Funktion wo wir die URL eingeben können so auf dieser Seite sehen wir eine Vorschau von allen Tabs die wir gerade offen haben hier oben können wir noch auf Lesezeichen klicken da kann ich einmal kurz rüber gehen weil meine E-Mail-Adresse da oben steht auf jeden Fall kann man einmal lokal Lesezeichen anlegen oder in den Google-Konto das synchronisiert auch mit Google Chrome das heißt man hat immer alles dabei was man auch auf dem PC kennt wenn wir hier aufs Menü gehen können wir halt die Seite aktualisieren vorwärts gehen wenn wir immer zurückgegangen sind die Seite als Lesezeichen speichern den Seitenlink teilen auf dieser Seite suchen Entschuldigung die Desktop-Version an- oder ausschalten für offene Lese-Speichern oder uns die Einstellungen anschauen und Einstellungen können wir machen unter allgemein eine Startseite automatisch füllen Autofill-Text Datenschutz und Sicherheit können wir alles mögliche Caches, Passwörter speichern und so weiter Standort aktivieren Bedienungshilfen kann man die Textgröße sehen Textskalierung und so weiter mit einem kleinen Vorschaubild das kann man hier sehr gut verändern unter erweitert können wir die Suchmaschine festlegen ob die Seiten im Hintergrund geöffnet werden sollen ja was gibt aktivieren Plugins nach aktivieren habe ich immer nach Bedarf das heißt Adobe Flash läuft zwar kommt aber so eine kleine Box und erst wenn man sie anklickt wird der Flash-Inhalt geladen dann kann man den Zoom anpassen und so weiter alles mögliche Standard-Einstellungen und unter Labs ist neu da kann man einmal zwei Sachen aktivieren einmal Schnellsteuerung das ist Daumen von links oder rechten Rand ausziehen um Schnellsteuerung zu öffnen und App- und URL-Leisten auszublenden und einmal Vollbildmodus zum Ausblenden der Statusleiste verwenden das habe ich hier gemacht jetzt seht ihr hier habe ich die Statusleiste wenn ich jetzt im Browser bin ist die Statusleiste weg wir haben natürlich hier auch eine Tastatur das ist die neue Tastatur von Android die funktioniert sehr gut ist hier im Browser vielleicht nicht gerade optimal zu zeigen wir machen mal eine neue Notiz könnt ihr hier sehen die Wortverschläge funktionieren relativ gut man kann auch wenn man jetzt ein Wort hat hier lange auf dieses klicken und er versucht verschiedene Sachen zu finden die zu diesem Wort passen also man hat deutlich mehr Möglichkeiten die Korrektur ist auch sehr schnell gibt auch wieder eine Spracheingabe Hallo hier ist Quert von PocketPC.ch ok er hat jetzt irgendwie obwohl unten Deutsch steht hat er das versucht auf Englisch zu lösen stellen wir hier nochmal die Sprache ein weitere Sprachen hinzufügen ok eigentlich soll es automatisch sein testen wir mal nochmal Hallo dies ist ein Test ja jetzt geht es auch auf Deutsch ihr seht das funktioniert auch ganz gut wenn man das möchte man kann auch ganz einfach die Sprache wechseln indem man entweder hier oben jetzt die Eingabemethode auswählt da könnt ihr einmal sehen ich habe einmal die andere Tastatur für Englisch und Deutsch einmal die Google Spracheingabe und Swift hier installiert und ich kann auch hier unten einfach einmal lange klicken und dann komme ich direkt zu dem gleichen Menü natürlich unter Android kann ich auch einfach Tastaturen wechseln einfach auf SwiftKey zum Beispiel klicken und habe ich hier meinen SwiftKey und das funktioniert auch sehr gut neu ist allgemein natürlich auch das ganze Interface was wir hier haben dass der Launcher ist neu das alles an einem gleichen Design ist auch die Menü Einstellungen können wir hier einmal schauen wenn ich hier auf Einstellungen gehe seht ihr direkt das sieht alles wie aus einem Guss aus und funktioniert sehr gut neu ist auch das Datenverbrauch Widgets beziehungsweise keine Widgets das ist ein Programm das zeigt an wie viel Daten wir wo, wann, wie verbraucht haben hier habe ich das aktiviert meine Daten werden am 8. zurückgesetzt das heißt ich habe jetzt seit dem letzten 8. 22 Megabyte mobile Daten verbraucht davon Google Plus was ich gar nicht benutze 8,94 Megabyte da muss ich vielleicht schauen ob ich da nochmal was verändern kann weil benutze ich sowieso nicht läuft nur im Hintergrund und ich habe einfach kaum Freunde auf Google Plus weil, sind wir mal ehrlich so richtig viele Leute benutzen Google Plus nicht momentan dann Facebook benutzt relativ viel Daten unterwegs, Trillian, Google wieder was man machen kann ist dass man die App anklickt und dann kann man ihr sagen sie darf keine Daten mehr im Hintergrund haben das heißt wenn ich jetzt hier den Haken bei Hintergrunddaten beschränken mache dann kann die App keine Daten mehr aus dem Hintergrund saugen das wäre hier bei Google Plus so ich habe im Vordergrund die App noch nie benutzt das heißt ich habe 0 Bytes im Vordergrund und 8,94 Megabyte im Hintergrund das heißt wenn ich die App nicht an habe benutze ich auch keine Daten das ist ganz gut vor allen Dingen bei einigen Apps wie zum Beispiel Facebook die doch manchmal gerne relativ viele Daten senden auch wenn es nicht an ist kann man das da einmal ganz gut machen neu ist natürlich auch dieser Multitasking Button den wir hier unten haben mit dem kann man die verschiedenen Applikationen die wir gerade haben sehen und man kann sie einfach nach rechts schieben zum Löschen nach links gehen natürlich auch so wie hier gerade im Video man kann aber auch lange drücken und dann kann man entweder die aus Liste entfernen oder sich die App-Info anzeigen das ist hier man kann die dann stoppen man kann sie deinstallieren man kann die Daten löschen wenn es ein Standard wäre kann man sie standardmäßig setzen zum Beispiel für eine Tastatur oder einen Launcher man kann Informationen darüber sehen und das war es eigentlich auch schon loben möchte ich bei dem Samsung Galaxy Nexus vor allen Dingen nochmal die Empfangsqualität ich habe in einigen Bereichen ähm kenne ich Punkte wo ich kaum Empfang habe und wenn ich da mein Handy früher in der Hand genommen habe dann hatte ich oft gar keinen Empfang beim iPhone 4S war das so dort hatte ich da Empfang aufgrund des neuen Antennendesigns und auch bei dem Samsung Galaxy Nexus habe ich dort Empfang also auch die Antenne von dem Samsung Galaxy Nexus ist sehr gut das äh ist natürlich sehr schön gemacht hier ist natürlich auch Android 4.0 drauf das hat natürlich wie ich vorhin schon gesagt habe den Vorteil der Hardwarebeschleunigung dadurch ist alles wirklich viel schneller nächster Vorteil ist auch dass man die Geräte verschlüsseln kann das kann man kann ich euch gleich mal zeigen wenn hier das FaceOnline funktioniert hat es natürlich wieder mal nicht weil hinter der Kamera ist es nicht ganz so einfach mit dem FaceOnlock und da muss auch gleich ein bisschen noch dran gearbeitet werden schön wäre auch gewesen dass man eine LED vorne hätte die einen beleuchtet im Dunkeln so dass auch im Dunkeln FaceOnlock funktioniert geht natürlich momentan noch nicht jedenfalls unter Sicherheit kann man das ganze Telefon verschlüsseln und dann wird es aber deutlich langsamer aber man hat halt die Daten komplett geschützt und man muss beim Starten einen Pin eingeben ohne Pin kann man hier nichts machen Android 4.0 ist ein großer Schritt nach vorne alles wirkt für mich deutlich flüssiger deutlich durchdachter deutlich schneller es ist einfach ein großer Schritt nach vorne alles aus einem Guss und deswegen ist das Samsung Galaxy Nexus für mich auch aktuell das beste Android Telefon was auf dem Markt ist wenn euch das Video gefallen hat abonniert doch unseren Channel oder besucht uns auf www.pocketpc.ch das würde uns freuen auch wenn ihr hier wieder einen Daumen hoch geben würdet das Video favorisieren würdet kommentieren würdet eure Freunden schicken würdet vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal